5 Vorteile für die Gesundheit durch Malen Malen fördert nicht nur die Konzentration, diese Tätigkeit kann auch von Sorgen und Problemen ablenken. Außerdem kann man damit die Feinmotorik sowohl bei Kindern als auch bei älteren Personen verbessern. Malen ist eine Tätigkeit, die wir alle schon mindestens einmal in unserem Leben ausgeführt haben. Wenn wir klein sind, ist das Malen besonders wichtig, da wir uns dadurch ausdrücken und kommunizieren können. Manchmal wird schon gemalt, bevor wir überhaupt sprechen können. Maler aller Epochen, Länder, Kulturen und Gesellschaftsschichten haben die Menschheit mit ihren Werken geprägt. Sie zeigen, was sie denken, was sie möchten, wie sie das Leben sehen. Das Malen gehört so also zu einer der großen Künste. Und Sie, malen Sie, nutzen Sie das Malen, um sich auszudrücken. Oder malen Sie einfach, weil Sie Freude daran haben. Wussten Sie, dass Malen auch Vorteile für die Gesundheit haben kann? Für Vorteile für die Gesundheit durch Malen Kommunikative Vorteile Malen hilft uns bei der Kommunikation, weil wir das, was wir fühlen, lieben oder unsere Vorstellungen auf eine andere Weise ausdrücken können. Durch das Malen können wir verschiedene Gefühle, Emotionen und Gedanken ausdrücken. Diese Art von Kommunikation ist für behinderte Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten besonders wichtig. Auch für schüchterne Menschen oder solche, die sich verbal nicht so gut ausdrücken können, ist Malen optimal. Vorteile für die Motorik Der Gebrauch von verschiedenen Utensilien, die für das Malen notwendig sind, Bleistifte, Kohlenstifte, Pinsel etc. helfen, die Feinmotorik zu entwickeln, und dies vor allem bei Kindern. Das Greifen und das Bedienen mit den Händen wird durch das Malen perfektioniert. Bei Erwachsenen verfeinert sich die Feinmotorik. Vorteile für das Gedächtnis Das Malen ist unser Gedächtnis ist beim Malen aktiv beteiligt. Die linke Gehirnhälfte ist verantwortlich für die Logik und ist beim Malen auch aktiv. Die rechte Gehirnhälfte ist zuständig für die Kreativität und für die Vorstellung. So benutzen wir beim Malen unsere beiden Gehirnhälften und entwickeln seine Fähigkeiten. Vorteile für die mentale Gesundheit Das Malen beeinflusst unsere mentale Gesundheit auf positive Weise. Einerseits steigert sich die Konzentration und hilft uns diese aufrecht zu erhalten. Beim Malen sind wir damit konzentriert, was wir ausdrücken wollen und denken an keine anderen Dinge. Weiter hilft uns das Malen, uns von Problemen und schwierigen Situationen abzulenken, indem wir etwas Entspannendes machen und das uns hilft, uns von unseren Sorgen zu befreien. Vorteile für unsere Freude und unser Vergnügen Das Malen ist eine Aktivität, das wir zusammen mit anderen Personen machen können und hat so einen positiven Einfluss auf die Beziehungen zu unseren Freunden. Malen erlaubt uns den Kopf frei zu bekommen, ruhig zu sein, mit unserem Gedächtnis zu arbeiten und uns gleichzeitig zu vergnügen. Super Rosen .